Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zu einem kleinen Info-Video, Update-News-Video heute am Montag, den 10.04.2017. Ja wir fangen gleich mal direkt an. Ich habe die Woche Urlaub. Der ein oder andere wird es ja vielleicht im Livestream am vergangenen Freitag und Samstag auch schon gehört haben. Da hatte ich es auch schon erwähnt. Auch die vergangenen Wochen hatte ich es immer mal so erwähnt und das bringt die Woche ein paar kleine Änderungen mit sich. Also einmal bin ich, wie ihr es ja vielleicht auch schon mitbekommen habt, morgen am Dienstag und am Mittwoch nicht da. Ich fahre morgen nach Munster ins Deutsche Panzermuseum, um mir das da ein bisschen anzugucken, um natürlich auch ein bisschen Videos zu drehen oder ein Video, ein Vlog-Video zu drehen und am Mittwoch bin ich dann noch einen Tag an der Ostsee. Dementsprechend kann ich an den Tagen keine Videos aufnehmen bzw. habe jetzt durch das vergangene Wochenende, weil da auch Leipzig-Marathon war, nicht richtig die Zeit gehabt auch für die Woche was vorzubereiten, was ich normalerweise sonst am Wochenende tue. Und da kommen wir schon zum Punkt 1. Es wird die Woche vermutlich bis mindestens Donnerstag Replays auf meinem Kanal geben. Also nicht nur den altbekannten Replay-Dienstag, wie wir ihn jede Woche haben, sondern ich werde auch am Mittwoch und auch am Donnerstag noch mal Replays machen, wo ich ja von euch Gefechte zeige und diese kommentiere mit ein paar Tipps und hinweisen. Und ja, einfach mal ein bisschen die Liste auch abarbeiten. Ich habe das ja Anfang des Jahres schon mal gemacht, wo ich krank war. Und jetzt nutze ich die Urlaubswoche einfach noch mal, um die Liste ein bisschen abzuarbeiten. Ansonsten hatte ich ja auch gesagt, dass ich, wenn ich im Panzermuseum bin, gerne einen Livestream machen wollte, wollte, geplant hatte. Nun habe ich ja auch schon gesagt, dass ich festgestellt habe, dass das auf YouTube leider erst ab 10.000 Abonnenten geht über das Handy. Also ich kann über das Handy erst auf YouTube Livestream, wenn wir 10.000 Leute hier auf dem Kanal sind. Das geht natürlich nur leider nicht. Wir sind jetzt gerade bei 3.500, was ich ziemlich geil finde. In den letzten Tagen ging es wieder ordentlich ab. Aber natürlich sind wir noch weit weg von den 10.000 Abos. Dementsprechend wird das leider über YouTube nicht gehen. Und hatte ich kurz überlegt, auf Facebook gibt es ja auch die Möglichkeit. Und wie der ein oder andere weiß, habe ich ja auch eine Facebook-Seite. Allerdings wissen das noch nicht sehr viele. Also wir sind glaube ich irgendwie 50 Fans auf Facebook. Da gibt es immer mal ein paar News-Updates von mir, neue Videos oder sonst irgendwas, was spannend ist. Allerdings haben wir da nicht die große Masse und deswegen kriegt das da auch keiner mit. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt viele von euch nur wegen dem Livestream, den ich aus dem Panzermuseum machen würde, mir da jetzt auf Facebook folgen. Ihr könnt damit natürlich gerne auf Facebook folgen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber ich habe mich auf jeden Fall jetzt dazu entschieden, das mit dem Livestream aus dem Panzermuseum doch sein zu lassen. Der Aufwand und der Nutzen, der davon irgendwie da rauskommt, das ist es irgendwie nicht so richtig wert. Auch wenn das jetzt ein bisschen blöd klingt. Aber wenn da 50 Fans ich auf Facebook habe und davon vielleicht auch tagsüber gar keiner richtig zugucken kann, weil sie auf Arbeit oder in der Schule sind, dann ist das halt ein bisschen doof. Wir machen es irgendwann später, wenn wir vielleicht mal 10.000 Abonnenten haben. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern. Aber so viel der Infostand. dazu. Ansonsten gibt es auch eine weitere große News. Und zwar seht ihr es ja schon an meinem Clan-Tag-Mods. Die meisten werden es mitbekommen haben. Der Community-Clan von Mr. Mörb und von mir ist jetzt nur mittlerweile seit drei Wochen eröffnet. Und wir heißen Mods. Das steht für erstmal gar nichts weiter. Es ist im Prinzip keine Abkürzung für irgendwas, sondern eher, ähm, ja, naja, Mods. Ihr wisst es, worauf es hinausläuft. Und das ist der Community-Clan von Mr. Mörb und von mir. Und er ist offen für alle Spieler, die da eintreten wollen. Also wir haben jetzt keine Beitrittsbedingungen oder irgendwas, sondern wenn ihr, also ich sag mal so, ihr solltet schon Deutsch sprechen und schreiben können. Also wenn ihr jetzt irgendwie aus dem englischen Sprachraum kommt oder irgendwo anders aus Europa und das Deutsch nicht mächtig seid, ist das ein bisschen doof. Aber an alle deutsch sprechenden Spieler, die Bock haben auf unseren Clan, könnt ihr euch gerne bewerben und dem Clan beitreten. Wie das geht, das ist relativ einfach. Ihr findet unten in der Videobeschreibung eine Link zur Clan-Seite von World of Tanks. Dort könnt ihr euch bewerben und dann wird eure Bewerbung auch angenommen. Warum mache ich das Video? Einmal natürlich, um euch ein Update zu geben für den Clan, dass es ihn gibt und dass ihr gerne beitreten könnt, wenn ihr das wollt. Aber es geht auch darum, dass wir im Moment so ein bisschen versuchen, ein, zwei, drei Teams für Bollwerk, beziehungsweise Festungsgefechte, wie das jetzt heißt, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall für Bollwerk aufzustellen. Und wenn ihr da Bock habt, da mitzufahren, das richtet sich natürlich jetzt auch schon an die Mitglieder, die bereits im Clan sind, dann könnt ihr das gerne tun. Wichtig bei der ganzen Sache ist, wir haben kein Clan-Forum, wir haben kein Clan-Teamspeak, sondern wir haben einen Discord-Surfer. Und wir würden uns wünschen, wenn alle Mitglieder auf diesem Discord-Surfer sind, was hat der Vorteil von Discord? Es gibt Sprachchats, es gibt Schreibchats. Im Grunde ist es wie Teamspeak nur deutlich, deutlich besser. Und wie ihr da draufkommt, ganz einfach, ihr findet unten in der Videobeschreibung auch einen Link zu unserem Discord-Surfer. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr im Browser auf die Discord-Seite. Wenn ihr noch keinen Account bei Discord habt, dann könnt ihr euch dort einen anlegen und werdet automatisch dem Server hinzugefügt. Ansonsten ist es so, dass es natürlich auch eine App gibt, die ihr euch runterladen könnt. Das muss also nicht immer im Browser stattfinden. Und dann könnt ihr mit den Leuten im Mods-Clan auf dem Discord schreiben und vor allen Dingen euch auch für Bollwerk verabreden und findet dort auch die entsprechenden Sprachchats. Der Ansprechpartner für Bollwerk ist so ein bisschen oberspricky. Den findet ihr auch auf dem Discord-Surfer. Den könnt ihr also fragen, wenn euch irgendwas unklar ist. Ich stehe natürlich auch zur Verfügung. Allerdings ist es so, dass ich jetzt bei der ganzen Discord-Planung nicht unbedingt dabei bin. Was heißt Discord-Planung? Quatsch. Bollwerk-Planung natürlich. Entschuldigung. Da bin ich ein bisschen raus. Ich überlasse das komplett den Mitgliedern. Ihr wisst es ja, Mörb und ich haben mit den YouTube-Kanälen und den Livestreams genug zu tun, dass wir jetzt nicht mehr die komplette Organisation für den Clan übernehmen können. Und deswegen haben wir das größtenteils an Mitglieder aus dem Mods-Clan abgegeben. Ja, soviel zum Update-Video, zum Info-Video für diese Woche. Wie gesagt, bis Donnerstag wird es Replays geben. Ich bin morgen und am Mittwoch nicht da. Der Mods-Clan ist offen. Wenn ihr Bock habt, findet ihr unten den Link, wo ihr euch bewerben könnt und natürlich auch den Link zum Discord, wo ihr dann mit allen anderen Mitgliedern und natürlich auch mit Mörb und mir in Kontakt treten könnt. Der Discord ist auch wichtig für die Livestreams am Dienstag. Morgen streamt dann Mörb alleine bzw. mit Shai. Und ja, wir sehen uns dann vermutlich am Freitag oder am Samstag wieder in einem Live-Gefecht. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher.